Schon lange haben wir darauf gehofft, ja regelrecht darauf gewartet. Irgendwann musste es doch passieren. Realistisch betrachtet wäre es schon sehr besonders und eigentlich undenkbar, aber so ist das eben mit Wundern, mit denen eigentlich keiner rechnet. Und dann passierte es doch mitten im September, die Kirche war wegen des Erntefestes gut besucht, da ist es mitten im Gottesdienst tatsächlich passiert. Wie schon so viele Male zuvor wurde auch diesmal die Kollekte eingesammelt und dafür wurde der Klingelbeutel herumgereicht. Und als am Ende die Münzen gezählt wurden, da war es tatsächlich passiert. Da lag eine echte Goldmünze in unserem Klingelbeutel, die irgendjemand zugunsten der neuen Gemeindehausstühle in den Klingelbeutel hineingeworfen hatte. Ausgerechnet für diesen guten Zweck. Was für ein Geschenk für unsere Kirchengemeinde. 275 Euro war die Münze wert, haben wir bekommen von der Bank. Auch Maria hatte ja schon lange gehofft, ja regelrecht darauf gewartet, nämlich, dass sich etwas ändert im Land. Irgendwann musste es doch passieren, dass die Armen in den Mittelpunkt gestellt werden. Realistisch betrachtet wäre es durchaus etwas Besonderes, wenn Gott selbst sich einmischen würde. Und eigentlich wäre es auch undenkbar, wenn er persönlich aus seinem Himmel herauskommen würde und ganz nah bei den Menschen wäre. Ein Wunder eben, wenn Gott plötzlich Mensch würde. Und dann ist es tatsächlich passiert. Damals, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Der Engel kam nämlich zu Maria zu Besuch und kündigte ihr an, dass sie ein ganz besonderes Kind gebären würde. Nämlich den Sohn Gottes. Ausgerechnet sie. Was für ein Geschenk. Unendlich viel Wert für uns Menschen. Dieses Wunder ist viel großartiger als alles andere, was vorher jemals geschehen ist. Bei unserer Goldmünze, da ging es ja nur um neue Stühle fürs Gemeindehaus. An Weihnachten aber geht es um viel mehr. Um eine neue Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und darauf bereiten wir uns in unserer Kirchengemeinde hier in den nächsten Wochen intensiv vor. Die Kinder konnten es schon gar nicht mehr erwarten und haben die Rollen fürs Krippenspiel schon Anfang November verteilt. Unser Back to Church Chor probt auch schon lange an den Liedern für das diesjährige Weihnachtsprogramm. Am ersten Advent geht es dann offiziell los. Und wir zünden hier die erste Adventskerze an. Ab dem ersten Dezember öffnet sich dann täglich ein Fenster unseres lebendigen Adventskalenders in den verschiedenen Straßen unserer Ortschaften. In den Gaststätten und Gemeinschaftshäusern werden die Vereine zu Adventsfeiern einladen. Und hier in unserer Martinskirche wird es vier ganz besondere Konzerte geben. Und das alles, weil dieses Wunder, was da vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, so großartig ist. Wir warten gemeinsam darauf, dass wir wieder diese alten Geschichten hören, wie Gott sich persönlich eingemischt hat und herausgekommen ist aus seinem Himmel, um uns nahe zu sein. Das Alte Testament erzählt immer wieder davon, wie die Menschen darauf gewartet und gehofft haben. Auf dies eigentlich Undenkbare, dass Gott Mensch wird. Und dann ist das Wunder tatsächlich passiert, dass Gott zu uns kommt. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder darauf, mit den Menschen in unserer Martinsgemeinde die alten Melodien zu singen, die Geschichten vom Advent zu hören und zu lesen, Plätzchen zu essen und miteinander zu entdecken, was Advent und Weihnachten bedeutet. Schauen Sie doch mal vorbei in unserer Gemeinde. Ich wünsche Ihnen und euch eine gesegnete Adventszeit. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche www.kirche.media www.kirche.media.de Vielen Dank.